Willkommen, Messages aus dem Gaming Den. Am 22. und 23. Juni, Charity im Zinnfigurenmuseum für das St. Dana Kinderspital zugunsten der Forschung für krebskranke Kinder. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass das eine furchtbare Sache ist, wenn Kinder Krebs bekommen und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man die Forschung in diese Richtung unterstützt. Man sieht, was diese Forschung bewirkt hat, eine deutliche Reduktion in der Sterblichkeit, eine deutliche Verbesserung der Versorgung der kleinen Patienten und auch ihrer Angehörigen und das ist ganz wichtig und da darf man einfach nicht nachlassen. Es ist immer noch eine ganz furchtbare Sache und ich sehe jetzt, dass wirklich jeder SEND Gutes tut. Um unseren SEND-Anteil etwas zu erhöhen, haben wir eine Idee, die heißt, bringt uns eure Sachen und wir verkaufen sie. Es klingt jetzt ein bisschen brutal, es ist ein sogenannter Donation Market, das heißt, Sachen, mit denen ihr nicht spielt, Sachen, die ewig immer dumm liegen im Blister, Sachen, World Games, die ihr vielleicht schon hundertmal gespielt habt und eigentlich nicht mehr spielen wollt, weil ihr schon, weiß ich nicht, die Version 2 davon habt oder auch Sachen, die euch wirklich am Herzen liegt und wo ihr denkt, wenn ich das hergebe, dann können wir wirklich viel Geld lukrieren. Die würden wir euch bitten, schickt uns die, bringt uns die, gebt uns die und wir machen für St. Dana Kinderspital Geld draus. Ich werde genauso wie alle Leute aus der Crew natürlich spenden. Wir alle werden unsere Blister, die bei uns herumstehen und wir haben genug davon oder das eine oder das andere Brettspiel, werden wir natürlich auch in diesen Markt einbringen. Ganz interessant, das haben schon zwei Leute gemacht. Wir haben von Kreiselbieter und von Gianfranco schon einiges an Sachen bekommen. Sehr spannende Sachen, Brettspiele, DVDs, Figuren, alles das werden wir verwenden für Preise und werden wir natürlich für unsere Tombola verwenden. Also, in diesem Sinne würde ich bitten an die Community da draußen, schickt uns eure herumliegenden, verstaubenden Blister, gebt uns Figuren, die ihr nicht mehr verwendet, schenkt uns eure Spiele und wir machen daraus was Gutes und ihr habt keine Staubfänger mehr zu Hause. Also, in diesem Sinne, mein Schnoranruf an die Community für eine gute Sache. Charity. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Grüß euch.